So, jetzt haben wir unseren Schlüssel schon gekriegt für die neue Wohnung und ja, dann wollte ich die einmal dokumentieren. Das ist unsere Haustür, ja, dann geht das hier gleich direkt ab, einmal ins Badezimmer. So, und jetzt sieht man schon, wie groß das ist, weil jetzt gehen wir nämlich schon mal ins Zementerszimmer und hier sieht man, das ist ein Riesenzimmer. So, dann haben wir genau gegenüber die hübsche Sibi mit einer Küche. Erdsaft? Ja. Erdsaft? Genial. Geil. Klasse, ne? So, das ist dann unsere neue Küche. Na, so und von der Küche ab geht nochmal ein Raum, wo die Waschmaschine denn hinkommt. Hier haben wir dann auch noch so ein schönes kleines Fenster. So. Ja, also die Küche ist natürlich ein absoluter Traum, wie man sieht. So, und dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Das sind auf jeden Fall Riesenräume. So, hier haben wir dann Josephines Zimmer. Das ist natürlich nicht ganz so groß, aber ist ja auch nicht schlimm. So, hier haben wir dann Josies Zimmer. Ist ja noch ein Baby. So, und genauso groß wie Cementas Zimmer ist dann auch Justies Zimmer. Also, ich schätze das Zimmer hier ungefähr auf 18, 19 Quadratmeter. Insgesamt hat die Wohnung 150 Quadratmeter. Man sieht auch gleich, warum. So, hier haben wir dann das Schlafzimmer von den beiden Sibis. Schön mit Außenterrasse. So. Und jetzt kommt eigentlich das Prachtstück, wo wir gar nicht wissen, wie wir das hinstellen sollen hier alles. So, das ist das Wohnzimmer. Weiß nicht, ob man das auch im Video so gut sehen kann. Das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie groß das ist. 40 Quadratmeter ist nicht bestimmt. Man sieht schon, wie weit die Tür da hinten weg ist. Und man sieht auch schon, wie hoch die Decken sind. Also, das ist wirklich fantastisch. Wenn man jetzt hinter diesem Gebäude, ich kann es jetzt gerade nicht so richtig zeigen. Ich gucke mal, ob ich Cementas Zimmer ausfüllen. Fenster, vielleicht kann man das da noch sehen. Moment. Muss jetzt mal eine halbe Stunde laufen. So, genau. Dann gehen wir hier einmal kurz durchgucken. Wenn man jetzt hier an diesem Gebäude, da unten sieht man das Weiße, da unter geht es so rechts rein. Da ist der See. Das heißt, wir sind direkt am See. So, wo bist du? Da bist du. Ja, so viel dazu. Das wird das neue SIVI-Reich.